Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Im letzten Video haben wir euch schon den Aufbau einer Taster-Schaltung mit Stromstoßschalter in der Unterverteilung gezeigt. Heute zeigen wir euch eine ähnliche Schaltung mit einem Treppenlichtautomaten in der Unterverteilung. Gut, dann beginnen wir mit dem Anschließen der Taster. Wir haben jetzt hier zwei Taststellen simuliert. Das kann man natürlich beliebig erweitern, wenn man jetzt einen langen Flur hat oder ein Treppenhaus, dann könnte es auch fünf oder vier oder mehr Schaltstellen sein. In unserem Fall jetzt einfach mal zwei Stück. Wir kommen hier mit einem fünfartigen Kabel aus der Klemmdose, haben hier ein fünfartiges Kabel weiter geht zum nächsten Taster. Theoretisch würde es auch mit einem dreiartigen Kabel funktionieren. Wir empfehlen aber grundsätzlich ein fünfartiges, weil dann können wir einfach jeder einzelne Draht durchschalten. Wir haben hier die Phase, also den braunen werden wir als Phase verwenden. Neutralleiter blau, gelb-grün, unser Schutzleiter und dann haben wir hier noch den schwarzen, den werden wir als Taster Draht verwenden und den grauen. Der graue wird dann unser Lampendraht sein. Beginnen wir mal hier mit dem Anschluss. Wir können als erstes mal hier uns den gelb-grünen nehmen von beiden Kabeln und die miteinander durchklemmen. Das bringen wir jetzt alle mal auf eine Länge, isolieren sie ab. Das kennt ihr jetzt schon glaube ich aus unseren anderen Videos. Wir nehmen eine Steckklemme, in dem Fall ist es eine Steckklemme von WAGO und legen mal die Drähte hier hinten schön ordentlich rein, bis die aufgeräumt sind. Hier unseren Lampendraht nehmen. Den brauchen wir auch jetzt am Taster selbst erstmal nicht. Man könnte natürlich hier theoretisch auch eine Lampe abgreifen, aber in unserem Fall wird er jetzt einfach nur durchgeklemmt, sauber rein bekommen, möglichst wenig Platz zu blockieren. Dann geht es weiter mit den schwarzen Drähten. Das sind in unserem Fall die Tasterdrähte, das heißt jetzt die klemmen wir nicht durch und legen sie hinten rein, sondern die brauchen wir jetzt wirklich am Taster selbst. Hier der Taster, da haben wir einmal die Klemme L, da kommt unsere Phase drauf. N, Neutralleiter und der Pfeil, das ist unser Tasterdraht. Da kommen eben die schwarzen, die beiden schwarzen Drähte jetzt in unserem Fall drauf. Neutralleiter brauchen, könnten wir jetzt theoretisch auch in der Dose hinten reinlegen und durch verbinden. Die Klemmen sind jetzt hierfür da. Es gibt für diese in unserem Fall jetzt einen Busch Jäger Taster, gibt es hier noch die Möglichkeit eine Glimmlampe einzusetzen. Wenn es jetzt im, sag ich mal, der Taster wird in einem Flur oder in einem Treppenhaus eingebaut und das Licht ist aus, dann ist es zur Orientierung, dass ihr halt wisst, wo man das Licht einschalten kann. Hier gibt es noch Glimmlampen, die man reinstecken kann und dafür wäre der Neutralleiter. Wir klemmen jetzt in unserem Fall die Neutralleiter einfach auch hier rein, haben aber keine Glimmlampe. Die beiden schwarzen haben wir ja schon abisoliert. Das heißt, die können wir schon mal einstecken in die entsprechenden Klemmen. Dann haben wir natürlich die Neutralleiter, bringen wir jetzt auch auf eine Länge noch. Stecken die auch wieder rein, schauen, dass die schön drin sitzen, immer noch mal kontrollieren, dass das auch fest drin sitzt. Dann als nächstes haben wir noch unsere Phase. Ganz wichtig, ohne die Phase funktioniert das alles nicht. Dräte auf eine Länge bringen und im Taster auf die Klemme L anklemmen. Jetzt ist unser Taster soweit fertig angeschlossen. Jetzt müssen wir noch in die Lose einsetzen. Bloß darauf achten, dass wir da hier keine Drähte mit den Krallen geschädigen. So, genau. Das Ganze noch festschrauben. Schon ist der Taster eingebaut. Bitte lasst euch jetzt hier nicht irritieren von unserem Versuchsaufbau hier. Das ist natürlich nicht optimal, aber es geht jetzt um die Funktion der Taster-Schaltung. Das zeigen wir euch jetzt hier. Jetzt haben wir das Gleiche nochmal für den zweiten Taster. Es läuft wieder eins zu eins genauso. Den grün-gelben können wir mal zur Seite legen. Den grauen können wir auch zur Seite legen. Die können wir noch etwas einkürzen, damit es nicht ganz so viel Platz wegnimmt. Tun sie abisolieren und sichern die Drähte jeweils mit einer Steckklemme. Wichtig, nicht zusammenklemmen. Sonst gibt es einen Kurzschluss. Dann können wir die wieder in unser Gehäuse reinlegen. Jetzt noch den grün-gelben unten reinlegen. Schön hinten rein. Dann haben wir wieder die gleiche Situation wie beim ersten Taster. Wir haben jetzt noch drei Drähte übrig. Das ist der braune, unsere Phase. Der schwarze unser Tasterdraht. Der blaue unser Neutralleiter. Isolieren sie ab. Nehmen uns wieder den nächsten Taster. Ist wieder das gleiche wie beim ersten Taster. Wir haben drei Möglichkeiten den anzuklemmen. Wir haben die Möglichkeit oder wir haben die Klemme L, N und getastet. In der braune kommt auf ist unsere Phase und kommt in die Klemme L. Der blaue unser Neutralleiter kommt in die Klemme N. Der schwarze unser Tasterdraht kommt in die untere Klemme mit dem in die untere Klemme die als oder die mit einem Pfeil gekennzeichnet ist. Wichtig beim einsetzen in die Dose achten, dass uns hier die klammern, dass wir keine Drähte beschädigen. Wieder festschrauben und fertig ist der Anschluss der Taster. Wie gesagt, man könnte das auch noch beliebig erweitern mit mehreren Tastern und mehreren Schaltstellen. Bei einem großen Flur, wo man von mehreren Zimmern reingehen kann und das Licht anschalten möchte oder in einem Treppenhaus oder es gibt noch weitere Beispiele. Dann geht es jetzt weiter mit der Klemmdose. Wieder ein ganz wichtiger Teil vom Video, der auch immer sehr interessant ist. Wir haben jetzt hier in unserer Klemmdose drei Kabel. Einmal unsere Zuleitung, 5 Adrig aus der Unterverteilung, dann weiter 5 Adrig zu unseren Tastern und dann ein 3 Adriges Kabel, was zu unserer Lampe weitergeht. Dann nehmen wir uns als erstes mal die grünen Drähte. Ich mache das immer ganz gerne, dass man hier unten lang fährt. Natürlich könnte man hier den grünen einfach schräg nehmen und auf eine Länge bringen. Das sieht aber unschön aus. Zeitlich bringt es uns jetzt keine große Ersparnis, aber später, wenn man die Klemmdose aufmacht, ärgert man sich nur. Deswegen machen wir das jetzt gleich von Anfang an. Sauber und ordentlich gehen nach unten, gehen nach drüben, versuchen die alle im gleichen Bogen zu fahren. Es muss jetzt nicht 90 Grad sein, aber dass das einfach ordentlich in der Klemmdose drin liegt. Dann bringen wir die noch auf eine Länge wieder. Isolieren alle gleich lang und ordentlich ab. Ca. 1 cm abisolieren. Verwenden wieder unsere Steckklemmen. Dann nehmen wir die und legen die hier ganz ordentlich rein. Dann haben wir schon mal die ersten Drähte verarbeitet und aufgeräumt. Als nächstes nehmen wir uns die blauen Drähte, die Neutralleiter von allen drei Kabeln und machen genau das gleiche. Bringen die auf die gleiche Länge, miteinander verbinden und die Seite reinlegen. So, als nächstes, jetzt steigt die Spannung langsam. Dann nehmen wir uns hier noch den braunen Draht von der Leitung, die zum ersten Taster geht. Legen den auch wieder schön ordentlich rein. Bringen das auf eine Länge. Isolieren es ab und verbinden das miteinander. Das heißt, jetzt wäre, wenn wir die Sicherung einsichern, wäre unser Taster schon, würde schon die Spannung am Taster anlegen. Wenn wir den Taster drücken, wird die Spannung durch den schwarzen Draht geschickt. Deswegen ist jetzt in unserem Fall der schwarze der Tasterdraht und wir verbinden den schwarzen vom Taster mit dem schwarzen Draht aus der Unterverteilung. Der wird dann im Stromschlussschalter entsprechend angeklemmt, was ihr später im Video noch sehen werdet. Bringen das auch wieder auf eine Länge und verbinden es miteinander. Sieht gut aus. Jetzt sind noch drei Drähte übrig. Das sind die zwei grauen. Einmal der graue von der Zuleitung aus der Unterverteilung. Einmal der graue, der zum Taster geht und der braune Draht, der zur Lampe geht. Ganz einfach jetzt. Über den grauen Draht wird durch den Stromschlussschalter die Spannung geschalten, wenn getastet wird. Und es bleibt auch so lange, es wird so lange darüber die Spannung geschalten, bis ein zweites Mal getastet wird. Genau, deswegen verbinden wir jetzt die grauen Drähte mit dem braunen von der Lampe. Dieser graue Draht hat jetzt keine Funktion. Wir schicken bloß die Funktion mit durch, dass wir die Möglichkeit hätten auch von einer bestehenden Schalterdose noch eine Lampe abzugreifen. Deswegen wieder alles auf eine Länge bringen. Jetzt gehen wir hier mal rüber, nach oben, den nach oben, den können wir erstmal ein Stückchen nach unten fahren, dann auch nach oben, übrigens auf eine Länge. Abisolieren und wieder miteinander verbinden. Jetzt können wir das hier auch noch schön reinlegen. Dann ist die Arbeit an der Klemmlose soweit auch schon fertig. Und wie ihr sehen könnt, jetzt ist das alles hier ordentlich nebeneinander drin. Wenn man irgendwo mal was nachmessen möchte oder erweitern möchte, kann man einfach die einzelnen Vagoklemmen rausziehen und daran arbeiten. Das ist alles schön übersichtlich. Das war es soweit jetzt mit der Klemmlose mit dem Anschluss der Taster. Jetzt müssen wir die Lampe noch anschließen und in der Unterverteilung den Stromstoßschalter verdrahten sowie die Zuleitung anklemmen. So, ich zeige euch jetzt dann im Nachhinein, wie man den Stromstoßschalter in der Verteilung anklemmt. Davor zeige ich euch jetzt noch mal, wie man die Lampe richtig anklemmt. Also da werde ich euch auch noch mal ein Video zeigen, warum es nicht egal ist, ob ich jetzt die Phase links oder rechts von der Fassung anklemmen. Also das hat einen sehr speziellen Grund und das zeige ich euch in einem anderen Video. Jetzt hier weiß ich es natürlich, erstmal ab. Genau, ich weiß jetzt zum Beispiel hier ist der braune auch der Sockelkontakt von der Fassung. Deswegen kann ich den jetzt hier anklemmen. Der blaue ist dann daneben. So, zu guter Letzt den Schutzleiter. Der ist auch immer ganz wichtig, dass der dran ist. Außer halt jetzt, wenn ihr Lampen habt, die aus einem Kunststoffgehäuse sind, dann werdet ihr wahrscheinlich auch keinen Anschluss für den finden. Alles klar, jetzt sind wir hier in der Unterverteilung. Wir zeigen euch mal, wie wir hier diesen Treppenhausschalter verdrahten. Vorweg wollte ich noch mal dazu sagen, dass das jetzt nur beispielhaft ist und es geht wirklich nur um den Anschluss von den Treppenhausschalter. Jetzt bitte nicht die Verkabelung hier in der Verteilung beachten. Das ist natürlich nicht so, wie man es jetzt dann ausführen sollte. Wir können euch gerne noch ein Video mal machen, wie man eine Unterverteilung verdrahtet entsprechend. Am besten mit flexiblen Drähten von den Sicherungen, Stromschulschalter auf Reihenklemmen und das alles. Aber in diesem Video geht es jetzt hauptsächlich mal um die Funktion und wie muss ich diesen Treppenhausschalter anschließen und das zeigen wir euch jetzt. Als erstes nehmen wir uns mal den Schutzleiter und lehnen den hier oben auf den Schutzleiter-Klemmblock auf. Das ist mal der erste Schritt. Einfach hier reinstecken. Angeschlossen. Als nächstes können wir uns den blauen Draht nehmen. Den blauen Draht, den Neutralleiter, den müssen wir auf unseren Neutralleiter-Klemmblock auflegen. Jetzt in dem Fall hier links oben zu sehen. Da ist schon hier mit dem Fi verbunden und genau das kommt jetzt. Legen wir jetzt auch einfach mal provisorisch hier rüber. Also bitte nicht jetzt die Verdrahtung kritisieren. Da können wir euch gerne ein Video machen, wie das am besten aussehen sollte. Jetzt haben wir nur noch drei Drähte hier von unserer 5-Adriken-Leitung. Das ist einmal der braune, unsere Phase. Die holen wir uns jetzt natürlich von einer Sicherung. In dem Fall können wir hier diese Sicherung nehmen. Auch hier über den RCD abgesichert. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Legen wir den Draht hier rüber, gehen hier drauf, kürzen den etwas ein, gehen hier drauf. Dann haben wir unsere Phase auch. Jetzt geht es weiter. Jetzt geht es wirklich hier um den Treppenhausschalter. Da haben wir vier Klemmen. Wir haben den L, die Phase, den müssen wir uns auch noch von der Sicherung holen. Dann haben wir den Neutralleiter. Den holen wir uns vom Neutralleiter, der Klemmblock hier oben. Dann haben wir hier die Nummer 3 ganz rechts. Das ist der Lampendraht. Das ist jetzt in unserem Fall der graue Draht. Und dann haben wir noch die Nummer 4. Das ist der Tasterdraht. Das war jetzt in unserem Beispiel der schwarze Draht. Das müssen wir jetzt auflegen und dann sollte die Schaltung oder dann funktioniert die Schaltung auch. Fangen wir an mit dem Neutralleiter. Den holen wir. Dafür nehmen wir uns einen Draht, isolieren den schon mal ab, gehen dann unten im Treppenhausschalter in die Neutralleiterklemme rein, ziehen die Schraube entsprechend an. Dann verlegen wir unseren Neutralleiter auch mit dem Klemmblock. Wir kürzen den Draht wieder ein. Jetzt haben wir den Neutralleiter schon mal. Das gleiche können wir jetzt mit der Phase machen. Wir nehmen uns auch wieder einen Draht, isolieren den ab, gehen hier auf die Klemmen mit der Bezeichnung L, schrauben das fest, greifen unsere Spannung von der Sicherung ab, aufschrauben, genau. Jetzt haben wir unseren Treppenhausautomat schon mit Spannung versorgt und jetzt sind nur noch zwei Drähte übrig. Wie bereits vorhin schon erwähnt, der schwarze Draht ist unser getastete Draht und der graue Draht ist unser Lampendraht. Dann nehmen wir jetzt hier den schwarzen Draht, unseren Tasterdraht, gehen auf die Klemme Nummer vier von diesem Treppenhausautomat. Entsprechend einkürzen. Jetzt bleibt nur noch der graue Draht übrig, ist jetzt in unserem Fall der Lampendraht und der geht auf diese Klemme Nummer drei. Nur noch hier einsetzen, festschrauben und fertig. Wir können auch gerne euch noch mal einen Schallplan einblenden. So genau, die Zeit läuft jetzt noch ab. Eine Minute haben wir eingestellt und dann müsste die Lampe auch gleich ausgehen, ohne dass wir einen Taster betätigt haben. Die Lampe ist ausgegangen. Ihr könnt gerne einen Daumen oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt uns gerne Anregungen schreiben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann folgt uns einfach. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit noch mal ein paar andere Videos hochladen, ein paar Erklärungen und dann seid ihr auch quasi immer up-to-date, was gerade so los ist. Dann bis zum nächsten Mal.